Also mit diesen Megaman-Plays auf jeden Fall. Ja, ja, hier so Commentator, haben wir auch was drauf. Man kennt's. Okay, als nächstes sehe ich Tai. Tai, okay. Tai gegen, weiß ich heute nicht. Sehen wir gleich. Tai, Samus-Spieler, CSS auch. Ich weiß nicht, wer aktuell zu CSS steht, aber auf jeden Fall eine ziemlich mehr als solide Samus. Ja. Ich sage mal, schauen da hier. Samus ist auch so ein Charakter, der ist sehr, sehr interessant. Also ich mag auch dieses Projectile-Gameplay sehr und dieses Space-Controllen mit Down-B und Raketen. Ja, mehr Samus benutzt auch jetzt ein bisschen mehr mit Zer und Zer-Confirmes auch und generell. Solider Charakter, kann man ein bisschen mehr hochpreisen als man muss, aber hey, wenn sie klappt, dann klappt sie. Aber auf jeden Fall hat sie auch gute Tools, also das kann man nicht schlechtreden. Das gefällt mir auch. Dieser Charge-Shot ist einfach sehr, sehr scary. Also du kannst so viel Space damit kontrollieren. Charge-Shot-Confirmes, alles da so. Genau. Und Ab-B-Shield-Breaks, hast du das schon mal gesehen? Ab-B-Shield-Breaks, erzählen Sie. Ab-B von Samus macht richtig viel Shield-Damage. Also wirklich, wenn jemand auf einer Plattform ist und du abbeest, kann das wirklich ein Shield fast one-shot. Wirklich. Und das ist, das habe ich gesehen in einem Set, ich war mir nicht mehr sicher, wer das war. Ich glaube, das war Joker gegen Dugpo. Okay. Da hat Joker, der Samus-Spieler, mit der Ab-B ein Schild einfach mal gebrochen. Ja. Und das wusste ich auch nicht, dass das so was funktioniert. Also anscheinend hat Samus doch noch einige Optionen gegen Schilder. Ja. Deswegen sollte man mal im Auge behalten, wie viel in so einem Move steckt. Ich wusste gar nicht, dass er wirklich ein Shield-Breaker-Move ist. So, man lernt nie aus, also. Ja, wie gesagt, auch in Smash 4 hat er, war ein bisschen bekannt für ein paar, auf jeden Fall für Pokes. Also hast du gerne mal benutzt, vor allem jetzt auf, wie gesagt, da hat es halt diese erste Hitbox. Ja, genau. Die Kombos, die Leather-Kombos. Hier hast du halt mit Ab-B mehr ein, wie soll ich sagen, mehr ein Dauertool. Ja, das stimmt. Also vor allem Out-of-Shield, sehr gut. Out-of-Shield, so eine gute Option. Oh ja. Einfach auf die Plattform zu gehen, damit ist sehr safe. Ja. Und ja, es ist einfach so eine sehr schnelle Option, macht viel Schaden. Ja, genau. Ja, Hentai gegen Buffels, übrigens, bevor ich es vergessen habe. Ja, Buffels, weiß ich gerade nicht, wen er gleich auspacken wird, habe ich nicht so wirklich ein Auge drauf geworfen, wie gesagt, Hentai, wie wir schon meinen, der, der Teil der, man kennt ihn, damals bekannt als Cyclone, ist er wieder Teil. Ja. Und ja, wollen wir da mal sehen, habe jetzt nicht drauf geachtet, welche, ah ne, die Stage wäre gleich hier gepickt, alles gut. Ja. Ah, erstmal ein Zip. Erstmal ein Sui-Zip. Herzad, mal schauen. Ähm, Buffels, ich glaube, der war auch aus der NRW-Region, damals, ich kenne ihn noch als Vardu, aber bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ihn war irgendwie in Verbindung mit Vardu gesehen, das kann auch wieder was ganz anderes sein, das war jetzt so gegen Release oder sowas, ja, noch ein bisschen, aber ja, mal gucken, er war auch nur, kann mich auch irren. Aber hey, werden wir uns gleich sehen, auf Battlefield, genauer gesagt. Wir gehen auf Battlefield-Version, Battlefield-Version, wenn schon Battlefield, dann schon Battlefield. Dann Battlefield, ja, doppelt hält besser, Galim und Darkon, okay. Bisschen intens, warum nicht so, ne, ist ja hier, ich glaube, so der Winner-Side-Einzug. Ein bisschen Tension muss sein. So, jetzt sehen wir hier die Charakterpicks. Ja. Teil geht auf Samus. Samus, altbekannt. Bowser, okay. Ja, ein bisschen, ein bisschen mehr heavy als Vardu, würde ich sagen. Aber, naja, Bowser gegen Samus, ist halt auch so, Samus hat Tools auf jeden Fall, um neutral gechillt zu halten, aber wenn Bowser erstmal da durch die eine Sache durchkommt, ein Callout hat, dann wird es schwer. Sehr schön. Das ist gut, dass er nicht für Jab 2 gegangen ist. Ja, der wäre ja panisch gewesen, glaube ich. Ja, ja, da ist Bowser ein bisschen eklig bei sowas. Und wenn es halt connectet. Da ist Samus generell auch eklig, weil ihr Jab funktioniert einfach sehr oft nicht. Boah, ich mag das, okay, ich sehe schon. Der Buff ist ein bisschen aggressiver, der Bowser. Da ist schon wieder der erste Jab, der ausgesprungen. Ja, wie gesagt, Jab 1? Sehr schnell, ziemlich gut. Ja. Jab 2 leider. Drop Frame 3 oder sowas. Ja, irgendwas in der Art. Ähm, wie gesagt, Jab 2 ist halt das Problemkind. Hm, definitiv. So, kriegt ihr die Down her? Oh, will da für den Read gehen? Oh, okay, take on place. Gefährlich, wie gesagt. Schöner Charge Shot. Benutzt ihr den Up-Zit, aber der Whiff leider ist hier jetzt in der, ist jetzt hier gerade in der Luft, musst du aufpassen hier. Ja, es hat sehr starkes Pace auf dem Thema. Oh, ja, Flame Breath. Oh, das macht so viel Schaden. Forward Air. Noch eine wird es sein. Edge Guard. Ja, nicht ganz. Oh, ein Edge Guard gegen Bauer. Schöner Appi. Killt aber auch nicht ganz. Bauer sind es, das ist aber so scary. Oh, genau gegen sowas. Schön den Jump gecatcht. Bowser, so ein Charakter, der in letzter Zeit sehr, sehr stark angestiegen ist, also in den Tier Lists. Oh, ja, wir sind jetzt halt Self-Adultation von Leon aus N.A. und jetzt halt hier bei uns natürlich Dark Thunder. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben ein paar Bowser-Spieler, die auch teilweise sehr, sehr, sehr gut placen. Oh, ja. Und man sieht auch immer wieder, wie viel Potenzial dieser Charakter hat. Man sieht halt, wie lang er lebt, wie viel Schaden er auch macht mit diesem Flame Breath, die Side-B Command Grabs. Und wie er das zum Beispiel überlegt, einfach mal die Abbie bei 160, gar kein Problem. Vorwärter bei 200 Prozent, gar kein Problem. Ich bin Bowser, was willst du tun? Was willst du tun? Er springt einfach über den Grabstiepe. 20 Prozent. Gar keine Angst. Und das ist so gut, weil Baffel, na klar, er kann jetzt aggressiv gehen. Jedes Prozent, was er bekommt, ist Value. Und er hat fast 100. Er könnte vielleicht sogar einen Stock holen. Okay, Baffel. Warte mal, das war ein bisschen zu viel. Kann man machen. Dann wollte er wahrscheinlich für den Fastfall-Reed gehen. Kriegt er den Downtilt. Hat er die Laps-Situation? Oh, sehr gut den Charge-Shop geschossen. Das wäre ein Fag gewesen. Oh, schön. Das IP-Kill vielleicht sogar. Na, gut. Schöner Idee. Schöner Idee. Das Samus auch ziemlich tough, ziemlich buff. Grab Release. Oh, schöner Dropdown-Up-Air. Das benutzen nicht so viele, ne? Wenn man so eine gute Up-Air hat, einfach mal von der Plattform Up-Air benutzen. Oh, das reicht. Ja, Unstale-Back-Air. Wir haben es vorher gewinnt. Man kann so viel aus dem Charge-Shop machen. Mhm. Uncharged ist es auch ein Combo-Starter, teilweise in den Grab. Also Samus ist auf jeden Fall so ein Charakter, der sehr interessant ist. Ja, wie gesagt, hat schon Represents. Finde ich, ist in letzter Zeit auch ein guter Secondary-Pick geworden. So, vor allem jetzt so Solo-Samus ist immer so eine Sache. Teil macht aber gerade Work. Ah, fair, cross the stage, ja. Also die V-Hour, der ist so stark von Bowser und covert auch so viel Distance, ne? Und Bafal, wenn er in die Luft geht, der bleibt immer sehr nah am Boden. Du siehst ja, wie die Erde schon bebt, wenn er landet so. Ja. Vorhin klappt eben. Er ist nicht direkt für den Back-Air gegangen. Hätte er machen können. Ne, er wartet auf den Spot-Dodge. Mhm. Geht dann für die Back-Air, anstelle für vielleicht einen Nair oder so. Und hat sie dann eben in diesen Spot, in diesen Distantiv-Spot, mit einem vollen Charge-Shot. Ja. Und dann, ja, Stock. Also sehr gut conditioned auch, mit dem Charge-Shot, dass er den dann am Ende getroffen hat. Aber auch sehr viel Confidence da drin, dass er das treffen wird. Einfach mal rausgauen. Ja klar, mancher muss halt dafür gefallen, Charge-Shot, wenn du halt auf der Distance bist, haust du einfach raus. Du chargst das so schnell. Aber ja, Teil erst mal im Lead. Mhm. Aber man hat gesehen, wie viel, äh, wie, 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 wie viel, ähm, wie heißt, wie viel Pressure-Bowser... Erzähl sie mir. Erzähl sie mir. Von ihrem Problem. Wie viel, ähm, Pressure Bowser mit sich bringt, ne, wie, wie, wie er teilweise, äh, Tai in der, äh, einfach gepressured hat, wie er, ähm, den bekommen hat mit der Side-Beam, mit den, was war das im ersten Stock halt wirklich sehr, sehr krass gepressured hat. Es sah teilweise sehr, sehr eng aus für Hentai. Uh, ganz knapp. Bowser einfach so lange gelebt. Ich finde auch, Bowser ist einer der wenigen Charts, die allein durch Kruse's Movement so viel Pressure haben, weil man einfach weiß, was auf einen zukommen kann. Es ist ein Trainwreck. Das kennt man vielleicht von Roy und Chrom so, aber hier bei Bowser noch Heavyweight dazu. Ah, Tech-Shakes hat er fast bekommen, hat er ganz kleinen Griff. Ja. Oh ja, sehr schön. Ist ja solche Panisch, solche Chunks. Und dann, wenn man so bei 60 ist und so, da kann der Bowser ein bisschen durchziehen. Jupp, ist halt wie Panisch, kommen sie sehr schnell raus und sehr reliable vor allem. Mh. So. Jupp. Even Tozente. Fast auf den Punkt genau. Bei uns, der die Aerial so ein bisschen zu pressuren, wird hier von der Backyard leider geklippt. Ja, mir gefällt das Teil nach, Charge-Shot immer wirklich für eine sehr gute Space der Backyard geht. Kann aber auch sein, dass Buffles das vielleicht irgendwann catchen wird. Das kann sein, dass er es vielleicht schon gecheckt hat. Ja. Aber mal schauen. So. Jetzt auf der Plattform. Oh, die Backyard ist so stark. Fast schon der Stock. Wow. Unglaublich. Ja, Landingpunt. Hm, mutige Back, ja. Ja, muss der fast schon machen zum Contesten. Hat er keinen Erdorch mehr auf Deck. Oh, das war fast schon Klingel SDI. Weak hit F-Smash. Oh, geht hier unter die Stage einfach für den Swag. Yo. Nice jump call out. Ja, jetzt musst du aufpassen. Ah, schade. Okay. Aber ich mach den Attempt. Wie gesagt, viele Sorgens werden vielleicht für eine Ferne gegangen für eine weitere. Aber hier kannst du einen Stock auch closen. Ja, deswegen. Das ist halt so verlockend, wenn du so zwei Stocks da führen kannst. Ja, das ist immer auch so ein Mental-Refresher. So, ah, ja, ich bin jetzt zwei Stocks vorne. Kann sich da ein paar Entscheidungen erlauben, ein bisschen mutiger sein. Oh, das war unlucky, dass die sehr nicht mal an die Ledge gegangen ist. Ja, sowas kann passieren, auch bei CSS. Da muss man wirklich aufpassen. Das kann einem das Leben kosten, wie das Thema. Ja, auf jeden Fall. Der F-Smash hat eine komische Hitbox. Ich weiß nicht ganz, woran das Sweetspot ist, wahrscheinlich ein bisschen weiter vorne. Ja, bei Samus ist ein bisschen niedriger gelegen. Da ist etwas anders. Geht ein bisschen weiter nach vorne, wegen Electrics. Ja. Schöner Schild-Poke mit der Back-Nare. Schön, to friends. Der Aerododge war sehr, sehr gruselig. Schon wieder der Aerododge. Ja, die Catches-Arteile. Also, bisher läuft das ziemlich gut. Oh, oh. Aber gerade, wo wir es sagen, Waffles mit dieser, mit diesen Burst-Options, mit diesen mutigen Forward-Airs, mit dem man einfach nicht rechnet. Schöner Neutri-Begard. Dashback, Dashback. Ah, Edge-Gard. Oh, er hat keinen Jump. Er hat keinen Jump. Ah, ist ein bisschen zu weit, vielleicht Upbeat? Hm. Schade. Geht für den Bowser-Down-Smash. Buff kommt so langsam wieder ins Pace, das gefällt mir. Oh mein Gott. Dieser Back-Ass, so gruselig. Hat noch einen Jump on Deck. Oh, ganz glücklich. Ja, das müsste... Ah, schade. Wurde nicht geklippt von der Hitbox. Ja, aber keine Punish. Hat er dann mit der falschen Richtung gerechnet, aber... Ja, ist aber auch immer schwieriger, als das aussieht. Okay, I guess. Okay. Genau, Abfall wird dann noch nicht reichen gegen so einen Target. Oh, sehr schöne Pressure, aber er... Oh, Jab 1. Jab 1. Sehr schönes DI von Teil. Baffles geht einfach direkt in den Command-Grab. Lässt sich da nichts nehmen. Ja, Baffles, Wurdeberg. Schöner Jump über den Grab. 200-Begard. Dieser Whiff-Punish mit der Side-Bee ist einfach so gut. Das haben wir schon öfters gesehen von Baffles. Mhm. Schöne Parries. Oh, schöne Parries. Okay, da hat er, wie gesagt, er hat es kommen sehen, dass er nach dem Charge auf den Backer kommt. Und hey, nur gut gespaced den Backer kannst du zwar nicht schildern, aber du kannst parryen. Ja. Ah, 220% und er lebt einfach noch. Es reicht nicht! Oh mein Gott. Okay, das habe ich auch überrascht. Was ist Bowser? Warum ist es so schwer? Er ist halt der schwerste Char im Spiel. Ja. Hat sich ja hier wieder gezeigt. Aber jetzt kommt er wieder ein bisschen zurück. Also Smashville-Counter-Pick hilft jetzt doch irgendwie in the end. Ja. Die Approaches von TIE werden auch immer ein bisschen einseitiger. Das versteht Buff auch. Schöner, die Neutral-Bee hier. Kriegt viel Schaden. Sehr schöner High-Recovery. Wollte da nicht in den School-Attack-Contest. Ah, schöner Uncharged-Charged-Shot. Hier einfach mal. Er benutzt das auch sehr gut. Einfach dieser Uncharged-Charged-Shot einfach nur, um Space ein bisschen mehr zu controlen. Genau. Hat auch Confirms. Schöne Down-Air. Oh, der Read oder der Hard Punish mit dem F-Smash. Es war halt wahrscheinlich auch ein Option-Select. Er hätte auch eher dodgen können, um vielleicht einen Backer zu entfinden. An der Stelle hat jetzt in dem Fall zwei Sachen gecovert und er hat auch nicht viel verloren durch eine Whiff. Aber hey, TIE noch mal gut zur Doku holt. Ja, doch ziemlich schnell ist es 2-0. Aber Buffels. Sehr, sehr überzeugend auch. Also jetzt am Ende noch mit dem F-Smash. Aber Buffels hat da auch in beide Richtungen gehen können teilweise. Mit dem Moment, was er gecarried hat. Er wird auf jeden Fall ziemlich gefährlich im Loser-Swan, würde ich sagen. Also, Buffels im Loser-Swan ist so mit einem Chrome oder so. Das ist der stressigsten Sache. Es ist sehr stressig. Es ist so total stressig. Jeder Hit kann dich halt einfach mal eben aus dem Turnier schmeißen. Genau, also, wie gesagt, es gibt schon einen Grund, warum Spieler wie Renoir sehr oppressive und ob noch Schüsse im Loser sein können. Wie gesagt, du hast Angst. Ja. Und Spieler nutzen sie aus. Buffels hat einfach so...